Die 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Wach auf, sonst kommst du um. Jesus weiß ganz genau, was wir sagen, denken, tun und auch was wir nicht tun. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zur sechsten Sendung über die sieben Sendschreiben. Das sechste Sendschreiben richtet sich an die Gemeinde in Philadelphia. Was wissen wir über Philadelphia? Philadelphia lag etwa 45 Kilometer südöstlich von Sardis. Der Name der Stadt ist griechisch und bedeutet Bruderliebe. König Attalos II. lebte im 2. Jahrhundert. Er hatte eine gute Beziehung zu seinem Bruder und Amtsvorgänger Eumenes II. von Pergamon. Darum wurde er Attalos Philadelphos genannt, der den Bruder Liebende. Er gründete die Stadt auf einer alten lydischen Siedlung. Sie erhielt zu seinen Ehren den Namen Philadelphia. Die Stadt wurde zwischen den Jahren 17 bis 23 nach Christus mehrfach von Erdbeben heimgesucht und wiederholt aufgebaut. Die Römer verzichteten auf Tributzahlungen, aber die Stadt blieb wirtschaftlich schwach. Die Tür ist offen, weil Jesus die Schlüssel hat. Wie in allen Sendschreiben beginnt auch dieser Brief mit dem Schreibbefehl und der Selbstvorstellung Jesu. Jesus stellt sich der Gemeinde vor, als der Heilige, als der Wahrhaftige und als der, der die Schlüssel Davids hat. Jesus stellt sich der Gemeinde als der Heilige vor. So hatte sich auch Gott seinem Volk Israel vorgestellt. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Heilig ist etwas, wenn es vollkommen ist, rein, sündlos und ganz Gott gehört. Der Mensch ist von Natur aus das Gegenteil von heilig. Jesus Christus aber ist Gott und Mensch zugleich. Weil Jesus Gott ist, kann er sich den Gemeinden als der Heilige vorstellen. Jesus ist auch der, der die Sünder heilig macht. Paulus schreibt an die Korinther, Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Heiligung. Jesus ist der Wahrhaftige. Jesus ist der Heilige und der Wahrhaftige. Mit diesen Titeln rufen ihn die getöteten Märtyrer in Offenbarung 6 an. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger. Und bei der Vision der Wiederkunft Christi sieht Johannes den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der, der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Jesus hat die Schlüssel Davids. Jesus ist der Schlüsselinhaber. Jesus hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Vor einigen Jahren besuchte ich einen Freund, der in leitender Stellung bei einem großen Unternehmen arbeitet. Er führte mich über das Firmengelände mit vielen Gebäuden, langen Fluren, Aufzügen und vielen Türen. Ohne ihn wäre ich nicht weit gekommen. Denn alle Türen waren gesichert und ließen sich nur mit Codes oder einer Magnetkarte öffnen. Mein Freund hatte die Schlüsselkarte. Und wie durch Wunderhand öffneten sich ihm alle Türen. So konnte ich mit ihm durch die Türen hindurch gehen, durch die ich sonst alleine nie hätte gehen können. Jesus sagt, dass er die Schlüssel Davids hat. Doch was sind die Schlüssel Davids? Die Antwort finden wir im Propheten Jesaja. Dort spricht Gott zu Schepner, einem hohen Beamten zur Zeit von König Eskir. Schepner hatte die Schlüsselgewalt über das Haus David. Wer eine Audienz beim König haben wollte, musste zuerst zu Schepner kommen. Er entschied darüber, wer beim König vorsprechen durfte und wer nicht. Weil er dieses Amt aber missbrauchte, setzte Gott Schepner ab und El-Jakim ein. Und zu der Zeit will ich rufen, meinen Knecht El-Jakim, den Sohn Hilkias, und will ihm dein Amtskleid anziehen und ihn mit deinem Gürtel, Gürten und deine Herrschaft in seine Hand geben, dass er Vater sei für die, die in Jerusalem wohnen und für das Haus Judah. Und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, dass er auftue und niemand zuschließe, dass er zuschließe und niemand auftue. Die Schlüsselgewalt ist eine göttliche Vollmacht. Gott allein hat die Macht zu öffnen und zu schließen, einzusperren und zu befreien. Und Gott legt diese Schlüsselgewalt über alle Türen und Tore des Universums in die Hand seines Sohnes. Darum sagt Jesus zu Johannes, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus allein hat die Macht, in die Hölle zu sperren und aus der Hölle zu erretten. Jesus allein hat die Macht, die Tür ins Himmelreich zu öffnen. Wer zu Gott und in den Himmel kommen will, der muss zu Jesus kommen. Jesus ist der Herr aller Schlüssel. Jesus ist der Herr aller Türen. Die Tür ist offen, wenn wir Jesus nachfolgen. Ignatius von Antiochien war Bischof der Gemeinde von Antiochien. Etwa 15 Jahre nach der Abfassung der Offenbarung schrieb Ignatius einen Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Und er stellt der Gemeinde ein tadelloses Zeugnis aus. Euch wurde Erbarmen zuteil und ihr seid gegründet in der Einheit, die Gott euch geschenkt hat. Über eure Gemeinde kann man sich immer nur freuen. Eine Freude, die Jesus teilte. Denn auch aus seinem Munde hörten die Christen in Philadelphia ein uneingeschränktes Lob. Wir erinnern uns, nur die Gemeinden in Smyrna und Philadelphia erhielten ein Zeugnis ohne Tadel. Jesus kennt das Leben und Wirken der Christen in Philadelphia. Hier leben Christen in konsequenter und treuer Christusnachfolge. Und Jesus belohnt ihnen das mit einer geöffneten Tür, die niemand zuschließen kann. Dabei nennt Jesus drei geistliche Türöffner. Anders als Ephesus, Smyrna, Pergamon oder Sardis war Philadelphia eine eher unscheinbare Stadt. Mehrfach durch Erdbeben schwer geschädigt, ging es der Stadt auch wirtschaftlich nicht gut. Auch die Gemeinde hat nur eine kleine Kraft. Waren es nur wenige Gemeindeglieder? Waren sie verarmt? Jedenfalls hatten sie nur eine kleine Kraft. Doch sie hatten einen großen Glauben an Jesus Christus und an einen allmächtigen Gott und die Wahrheit des Wortes Gottes. Der Herr sagt zu Paulus und auch zu uns, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wie Paulus und die Christen in Philadelphia wollen auch wir uns in aller unserer Schwachheit auf die Kraft unseres Herrn verlassen. Im Vertrauen auf Jesus Christus öffnen sich für uns persönlich und auch für unsere Kirchen und Gemeinden Türen zu fruchtbarer Wirksamkeit. Der zweite Türöffner, das Wort bewahren. Das zeichnete die Philadelphia-Christen aus. Sie bewahrten das Wort des Herrn und hielten sich daran fest. Das Halten und Bewahren des Wortes Gottes entscheidet über Tod und Leben, über Verlorenheit und über Seligkeit. Jesus aber sprach, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Das können wir von den Philadelphia-Christen lernen. Sie liebten Gottes Wort und hielten daran fest. Wenn wir das tun, dann öffnet der Herr auch für uns und unsere Kirchen und Gemeinden die Türen des Himmels, um uns mit Segen zu überschütten. Und nun kommen wir zum dritten Türöffner. Den Jesus-Namen nicht verleugnen. So wie die Christen in Pergamon verleugneten auch die in Philadelphia den Christus-Namen nicht. Als es darauf ankam. Als Polycarp von Smyrna um 155 nach Christus den Märtyrer-Tod starb, wurden mit ihm auch zwölf Christen aus Philadelphia hingerichtet. Diese treuen Christen verleugneten den Jesus-Namen nicht. Auch dann nicht, als es sie das Leben kostete. Dort öffnen sich die Türen des Himmelreiches und die Türen für ein reiches Wirken in der Kraft Gottes, wenn wir uns zu Jesus bekennen, auch wenn das Nachteile, Ausgrenzung, ja Gefängnis, Folter oder Tod bedeutet. Du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist der dritte Türöffner. Wer sich im Leben und im Sterben zu Jesus bekennt, dem öffnen sich die Türen ins Himmelreich. Die Tür ist offen für Mission und Evangelisation. Nicht selten kam die Verfolgung der frühen Christenheit aus dem traditionellen Judentum. So war es in Smyrna und auch in Philadelphia. Der Begriff Synagoge bedeutet Versammlung. Die Juden versammelten sich in der Synagoge als Versammlung Gottes. Wenn Jesus die Juden von Philadelphia wie auch die von Smyrna als Synagoge Satans bezeichnet, dann sicher nicht aus antisemitischen Gründen, wie es manche unterstellen. Hintergrund ist vielmehr der, dass sie den jüdischen Messias ablehnten und damit unter Beweis stellten, dass sie den jüdischen Propheten und dem Gott Israels nicht gehorchten. So hatte Jesus schon zu den Juden in Jerusalem gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Wer Jesus als Messias ablehnt und die Gemeinde verfolgt, macht gemeinsame Sache mit dem Teufel und kann darum kein echter Jude sein. Er ist es zwar äußerlich, aber eben nicht aus geistlicher Sicht. Jesus selbst will einige der Juden aus Philadelphia davon überzeugen, dass er der Messias und Erlöser ist. Das Niederfallen zu den Füßen ist hier nicht als Ausdruck der Verehrung gemeint, sondern soll das Erstaunen zum Ausdruck bringen, dass das von den Christen verkündete Evangelium doch wiedererwarten wahr ist und Jesus seine Gemeinde liebt. Der Herr will also diesen Juden begegnen und ihnen das Herz öffnen für das Evangelium. Wünschen auch sie sich, dass in ihrer Stadt und in unserem Land Menschen erkennen, dass Jesus auch ihr Retter, Erlöser und Herr ist? Paulus forderte die Christen in Kolosse auf, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Gott kann und will die Türen zu den Herzen der Menschen öffnen. Ja, selbst die Herzenstüre unserer erklärten Feinde. Darum wollen wir den Herrn bitten, dass er die Türen öffnet und unsere Nachbarn, Freunde, Verwandte und selbst unsere Gegner das Evangelium von Jesus Christus hören, annehmen und glauben. Die Tür ist offen für Bewahrung in großer Not. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Weil die Christen in Philadelphia sich auch in Anfechtung geduldig an das Wort Gottes gehalten haben, verspricht der Herr Bewahrung in der Stunde der Prüfung. Die Stunde der Versuchung hat eine lokale und eine globale Dimension. So wie in Smyrna oder Pergamon gab es auch in Philadelphia lokale Christenverfolgungen. So erlebten es die zwölf Märtyrer aus Philadelphia. In ihrer Stunde der Versuchung ließen sie ihr Leben. Aber der Herr bewahrte ihren Glauben und nahm sie auf in sein Reich. Im Verlauf der Offenbarung wird deutlich, dass es auch eine globale Bedrängnis geben wird. Wer am Wort Gottes festhält, der wird zwar nicht aus dieser Bedrängnis heraus entrückt, sondern er geht durch die Bedrängnis hindurch. Er wird aber geistlich gesehen bewahrt. An den Christen in Philadelphia erfüllt sich das Gebet Jesu. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Weil Jesus für uns bittet, brauchen wir uns vor der Stunde der Versuchung nicht zu fürchten. Er wird uns bewahren. In persönlicher Bedrängnis, aber auch in der letzten großen Bedrängnis. Der Herr ist treu. Er sagt, fürchtet euch nicht. Ich bewahre euch. Die Tür steht offen zum himmlischen Jerusalem. Jesus kündigt sein baldiges Kommen an. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wir sind nun 2000 Jahre weiter. Um wie viel mehr wollen wir uns auf Jesu baldige Wiederkunft einstellen? Ja, Jesus kommt sehr bald. Wir folgen auch heute Jesus nach. Wir halten auch heute fest an seinem Wort. Nein, den Siegeskranz des ewigen Lebens lassen wir uns nicht rauben. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Jesus will die Überwinder zu Pfeilern im Tempel Gottes machen. Im himmlischen Jerusalem wird es keinen Tempel geben, denn Gott selbst ist der Tempel und das Lamm Gottes. Wenn die Überwinder mit mächtigen und unverrückbaren Tempelsäulen verglichen werden, dann heißt das, Jesus schließt uns den Himmel auf. Er bringt uns in Gottes Gegenwart. Und mit ihm erfüllt sich der 23. Psalm Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Nie wieder werden wir Gottes herrliche Gegenwart verlassen müssen. Er soll nicht mehr hinausgehen. In antiker Zeit wurden die Namen von Priestern oder Stiftern oder führenden Personen gerne auf den Säulen von Tempeln eingraviert, um sie zu ehren und nicht zu vergessen. Diese Praxis könnte erklären, warum Jesus sagt, Ich mache ihn zum Pfeiler in dem Tempel und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes. Welche Namen sind es? Es ist der Name des Gottes Israels. Wenn sein Name auf uns steht, dann sind wir sein ewiges Eigentum. Es ist der Name des neuen Jerusalems. Wenn der Name des neuen Jerusalems auf uns steht, dann ist das neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, unsere ewige Bestimmung und ewiger Aufenthaltsort. Und der neue Name Jesu. Der neue Name Jesu wird uns erst in der kommenden Welt offenbart. Wenn Jesu Name auf uns steht, dann sind wir auf ewig sein. Jesus öffnet uns die Tür in die ewige Gemeinschaft mit Gott im neuen Jerusalem. Wie die Christen in Philadelphia wollen wir das Wort Jesu geduldig festhalten, bewahren und an seinem Namen festbleiben. Wenn wir so leben, werden wir bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017